Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und Leute, ihr habt es sicher alle schon mitbekommen, Trading is disabled. Wir können momentan nicht traden in Pet Simulator. Und ich werde euch mal erklären, warum und wann wir wieder traden können werden. Pet Simulator X hat nämlich auf Twitter gepostet. Ich hole mal kurz Twitter dafür raus. Sie haben getweetet. Hey everyone, just a heads up. Trading has been temporarily disabled in all servers. Apologize for any inconvenience. Bedeutet im Grunde, hey Leute, Trading gibt's momentan nicht mehr. Haben wir für einen kurzfristigen Zeitraum deaktiviert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Und dann haben sie noch einen zweiten Tweet rausgehauen. To clarify, this is because of a targeted trading exploit that affects all games, not just Pet Simulator X. We are working with Roblox to fix it. Bear with us. Und das bedeutet, sie haben Trading kurzzeitig deaktiviert. Weil es ein Trading Exploit gibt, welcher alle Roblox-Spiele effektet. Und nicht nur Pet Simulator X. Und dass sie gerade mit Roblox an sich daran arbeiten, den zu beheben. Das bedeutet, das ist ein Exploit, der nicht nur auf Pet Simulator X zutrifft. Sprich Preston kann nichts machen bei diesem Exploit. Es geht dort nämlich wirklich um einen Fehler von Roblox Data Stores. Bei allgemeinen Duping Glitches. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ah, trinken ist wichtig. Bei allgemeinen Duping Glitches ist es halt so, da muss sich der Spielentwickler Gedanken machen, wie kann ich das verhindern? Wie kann ich mein Spiel so programmieren, dass dieser Exploit nicht mehr funktioniert? Das ist aber ein Exploit, der jetzt öffentlich geworden ist, der auf alles Spiele zutrifft. Jedes Spiel, das Trading hat, könnte theoretisch exploited werden, wegen diesem einen Datenbankfehler. Und der muss erstmal von Roblox gefixt werden, bevor Pet Simulator X Trading wieder aktivieren kann. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch gar nicht mal so schnell gefixt sein. Ich kann nicht einschätzen, wie schnell Roblox darin ist, das zu fixen, weil das ist ja ein Major-Problem, wenn es dann Probleme mit den Datenbanken, mit den Data Stores und Roblox gibt. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal in das Roblox Developer Forum rein. Vielleicht gibt es da ja ein Announcement zu. Schauen wir einfach mal nach. So, hier in der Update-Section, in der ich mich immer häufig umsehe, was Roblox angeht, und da wurde nichts dazu geschrieben, da sind nur die altbekannten Themen, die wir alle schon kennen, beziehungsweise die ich schon kenne. Ihr werdet hier wahrscheinlich nicht so oft reinschauen wie ich, aber wir gucken einfach mal nach, ob es irgendwo noch andere Announcements gibt. Wenn wir einfach mal zurückgehen auf Updates. Aber nein, ich habe hier auch nirgends etwas gefunden, was in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben kann. Nur halt dieses Datastore 2.0 Officially Launched Ding, das ist ja schon ein bisschen länger her. Ist auch eine coole Sache, dass die sowas rausgehauen haben. Vielleicht gibt es darauf neue Antworten inzwischen, aber ich glaube nicht. Nein. Also gehe ich wieder in den Pet-Simulator rein. Und soweit ich es mitbekommen habe, gab es da noch keine richtige Äußerung von Roblox dazu. Wenn ihr das Video seht, dann ist es natürlich schon ein bisschen länger her, dass ich das hier aufgenommen habe. Ich nehme das Video gestern auf. Heute kam bei mir, also gestern für euch kam bei mir schon ein Video. Das war halt schon so geplant und ich wollte nicht zwei Videos an einem Tag bringen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass der Fehler morgen, sprich für euch heute, noch nicht gefixt sein wird. Weil das halt ein Riesenproblem ist. Jetzt stellt sich die Frage, was ist mit dem Update? Heute, am Samstag für euch, heute sollte ja theoretisch ein neues Update rauskommen für Pet-Simulator X. Preston hat gesagt, dass Leute mit einer exzessiven Pet-Collection sich darüber besonders freuen werden. Wird das Update so kommen? Wird Preston vielleicht doch Trading wieder aktivieren? Ich mache mal hier Wollstatt aus, weil die Leute mich sonst hören. Ja, so viele Leute sind auf dem Server nicht, die mich hören könnten. Und hier hat jemand geschrieben, Trade me, trade me. Was für Trade me? Ich klicke hier unten auf Pads, dann auf Trade und dann Trading ist temporarily disabled. Was sollen wir tun, Bruder? Wie soll ich dich traden? Naja, dann könnt ihr ja auch auf Show Friends klicken und dann wurden kurzzeitig irgendwelche Sachen angezeigt. Wenn ich hier draufklicke, dann geht es auch komplett Bananas. Ja, Trading geht halt momentan nicht und wir müssen leider warten. Die Frage ist, wie lange? Wie lange müssen wir warten? Müssen wir warten, bis Roblox den Fehler behoben hat? Oder wird Preston doch vielleicht sich noch irgendeinen Fix ausdenken, den er noch rechtzeitig raushaut? Wird dieser Fix dafür sorgen, dass sich das Update verschiebt? Oder wird Preston einfach das Update raushauen ohne Trading? Das geht natürlich auch. Es gibt so viele Möglichkeiten und es ist wirklich schwer zu sagen, was passieren wird. Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist es, dass Preston das Update raushauen wird. Dann wird es hier vielleicht in der Pet-Collection irgendwelche weiteren Sachen geben, wenn man die voll bekommt. Ihr seht, ich habe die Pet-Collection echt nicht sehr weit gemacht. Im Gegensatz zu meinen anderen Homies, Roblox Felix und Roblox Victor, die sind ja viel weiter als ich. Es wird wahrscheinlich auch neue Ecks geben und so. Eine neue Region da hinten. Vielleicht offenbart sich dann schon das Portal für die neue Welt, in die wir gehen könnten. Ich meine, es würde ja Sinn machen, dass hier zwei neue Eier kommen. Dann kommt da hinten eine neue Region. Und dort ist dann schon die Kanone zur nächsten Welt. Vielleicht ist da auch noch so ein zweites Eck. Das hatten wir ja in der Fantasy-World auch, dass da dann irgendwann diese Grand Heavens Gate kam. Es war zwar nicht so, dass wir von hier aus dann weiter kamen in die Tech-World. Aber immerhin gab es ja nochmal diese extra Region für extra Pets, die man dann nochmal öffnen konnte. Ich will jetzt mal meine Pets da ransetzen. Ah ne, das geht ja sowieso so schnell vorbei. Gehen wir wieder zurück in die Tech-World. Auf jeden Fall, Leute. Trading wird wahrscheinlich noch eine Weile deaktiviert bleiben. Wenn Preston richtig schnell ist, wird er vielleicht so einen temporären Fix haben. Irgend so eine Notlösung für uns. Vielleicht wird er Trading wieder aktivieren. Vielleicht wird er es komplett umschreiben. Ich glaube aber nicht, dass er sein komplettes Datenbanksystem umschreiben wird. Das ist auch vor allem, wenn das Spiel schon gelauncht ist, fast gar nicht möglich. Also das ist viel zu schwierig, sein ganzes System umzukoden. Man muss schauen, was Preston machen wird. Ich hoffe einfach darauf, dass das Update morgen ganz normal kommt. Und dass innerhalb der nächsten paar Tage Trading wieder enabled wird. Es ist natürlich blöd, auch für meinen Livestream, der heute kommt. Ich will ja samstags immer Livestream. Dann kann ich da vielleicht gar keine Pets verschenken. Einfach mal schauen, was passiert. Vielleicht ist Trading dann auch schon wieder enabled. Wir warten es ab. Ich gehe jetzt erstmal hier rein, weil ich kann ja jetzt wieder ein paar Pets claimen. So. Und jetzt, wo ich die ganzen Pets geklamt habe. Bam. Jetzt habe ich auch endlich mal ein paar Dark Matter Galaxy Foxes. Und sonst werde ich keine weiteren Pets hier reinpacken. Denn ich will warten bis morgen. Bis morgen will ich noch ein paar Diamonds zusammenfarben. Die Tech-Coins sind mir relativ egal, weil ich farme Tech-Coins ziemlich schnell. Ich gehe mal kurz zur Grand Alien Chest hin. Pack meine Pets da ran. Dann zeige ich euch mal, wie schnell ich farme. Also, ich kriege Pro-Tick, schauen wir mal. Rüt, 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 rüt. 37. Ne, ich kriege Pro-Tick 20 Millionen. 20 Millionen ist gar nicht mal so schlecht pro-Tick. Und wenn ich halt AFK über Nacht farme, dann kriege ich die Tech-Coins hier ganz schnell voll auf den maximalen Wert. Und deswegen werde ich gar nicht die Tech-Coins farmen. Ich werde wahrscheinlich einfach ganz normal in der Fantasy World sein und die Grand Heaven Chest farmen, um noch ein paar Diamonds zu bekommen. Dann ist mein Ziel morgen, nämlich noch zum Mystery Merchant zu gehen und mir die neuen Mythicals zu leisten. Ich hoffe, ich kann mir die neuen Mythicals dann auch leisten, aber ich denke, beim Mystery Merchant sollte ich das schon hinkriegen. Was haltet ihr davon, dass Trading deaktiviert wurde? Würde mich wirklich interessieren. Kommt ihr damit zurecht? Meint ihr, es ist zu ertragen? Oder meint ihr, ich spiele jetzt kein Pet-Simulator mehr, weil ich kann jetzt gar nicht mehr traden? Ich meine, viele Leute, die sind ja die ganze Zeit in der Trading Plaza und wollen einfach nur traden. Die wollen halt die besten Pets bekommen. Und ohne traden, macht Pet-Simulator gar keinen Sinn mehr. Wir müssen einfach mal schauen. Ich hoffe, dass Trading bald zurückkommt. Ich hoffe, dass das Problem schnell gefixt wird. Dass der Exploit bald vanished. Irgendeine Lösung müssen wir haben, weil Pet-Simulator ohne Trading oder auch andere Spiele ohne Trading, weil es betrifft auch andere Spiele. Und wenn andere Spiele groß werden und dann bekannt wird, dass man in diesen großen anderen Spielen auch exploiten kann, dann werden die Spiele auch irgendwann keinen Spaß mehr machen, weil wenn jedes Spiel extrem einfach zu exploiten ist, dann gibt es einfach nichts Seltenes mehr in den Spielen. Dann hat es alles gar keinen Anreiz mehr. Deswegen hoffe ich einfach, dass der Fehler schnell gefixt wird. Ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne noch ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Heute Nachmittag, so gegen 14, 15 Uhr wahrscheinlich, werde ich auch Livestreamen. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Das war's und... Ciao! Bis zum nächsten Mal.